Erstmal von unserer Seite ein großes Kompliment zum Weiterkommen für Duisburg. Ich denke, dass die Mannschaft war, die über 90 Minuten besser war. Die Mannschaft war, die das Pokalspiel so angenommen hat, wie man ein Pokalspiel annehmen muss. Das ist der große Kritikpunkt an uns. Wir haben es nicht geschafft, die Fugenden des Fußballs anzunehmen. Das heißt, die Bereitschaft, sich zu quälen, Zweikämpfe zu gewinnen. Dem Gegner den Schneid abkaufen wollen, besser und stabiler in die Zweikämpfe zu gehen. Da war uns Duisburg ganz klar voraus, vor allem in der ersten Halbzeit. Diesbezüglich haben wir diese große Chance, diesen großen Traum heute ausgeträumt. Wir sind auch hoch verdient, auch in der Art und Weise ausgeschieden. Drei Malung. Und lieber der Hände zu zeigen, das ist ein paar Hände zu sehen. Die Schweiz hat bei uns in der Zeitgemacht und Sportler, vor allem in der Zeitgemacht.